Moin Moin und Willkommen. Ich muss mich kurz halten, denn ich bin gerade tierisch am Freten, deshalb werde ich mich kurz fassen. Wir machen heute entweder, ja gut, entweder besteht gar nicht, also es gibt kein Entweder. Wir machen, Moment, so, wir machen Schwarzfelstief, ein oberes Viertel heißt jeden Stunts, beziehungsweise heißt der Teil. Ich weiß nicht, wie weit dieser Teil geht, ich weiß nicht, wie lange dauern wird, aber wir machen ihn trotzdem. Jetzt habe ich auch noch Speichelproduktion hier im Mund. Ich sollte nicht mehr reden. Ich melde mich einfach an und wir sehen uns dann wieder, wenn die Instanz in einer Stunde circa aufgeht und ich gegessen habe. So, es geht überraschenderweise, ich bin gerade erst mit Essen fertig geworden, hier los. Oha, DD, nimm an, sonst bist du tot, ich sage dir. Also, dann ist aber hier Polen offen, du. Nimm an. Nimm an. Oh Mann, du. Hoffen wir, dass er heute noch annimmt. Ich muss meine Glückskette umlegen, dann läuft das hier alles auch. Jawohl, ich sage, das ist ja der Hammer. Ich lege das Ding nicht mehr ab, das ist ja unfassbar. Ha, so. Ich glaube es nicht, unfassbar. Servus, servus, servus. Ich habe übrigens wieder auf Feuer geskillt, weil Frost kannst du in Instanzen jetzt vollkommen vergessen. Oh, drei Mages, pew pew, AE-Damage, ja. Am Arsch, AE-Damage. War mal was. Na, was ist denn mit unserem Priester? Wir nuken die schon alleine. Oh, ich kann ja laufen und casten, das finde ich genial. Oh, was ist denn jetzt? Hm, warten wir einfach mal ab. Ich hoffe, das ergibt sich noch hier. Unser Heiler ist momentan noch, ja, keine Ahnung, der hängt irgendwo. Unser Heiler hängt. Ich schätze, unser Heiler hängt im Login-Screen, das kommt, oder, beziehungsweise im Dungeon-Screen. Das kommt nach dem Patch öfter mal vor. Oh, wir machen das auch zu dritt hier, clear. Nein, aber, ja, keine Ahnung. Das wäre schon mal... Ah, da ist er, da ist er ja. Ist ein Shadow, Hammer. Cool, cool. Als ob hier einer den Schlüssel hat. Wir müssen wohl den umständlichen Weg gehen. Ja, es gibt hier einen Schlüssel, oder... Ja, einen Schlüssel. Gibt einen Schlüssel. Das kann man so stehen lassen. Mit dem man Tore auföffnen... Offnen... Öffnen... Gott, heute ist schlimm. Öffnen kann, durch die man schneller durch die Instanz kommt. Aber, ja, das ist eine längere Quest-Reihe. Ach, ich kann da nicht mal mehr tippen. Abend, Abend. Mehr wollte ich doch gar nicht schreiben. So, das kennen wir ja schon hier oben. Da hinten geht's zum Gefängnis. Aber da gehen wir heute nicht lang. Sondern wir gehen zurück, weil wir gucken, was die Leute machen. Ja. Yay, wir haben Skelett in der Gruppe. Ja, es ist Halloween. Da sind diese ganzen Items im Umlauf. Oh Gott, das ist jemand, der Gruppe für Gruppe pult. Ich meine, das ist... Wir... Zwei Mages hier. Wir bomben die Scheiße aus den Mobs raus. Die sind schon tot, bevor sie ankommen. Einfach rein und gut. Ich bitte dich. Ich hatte heute den ganzen Tag nur geile Tanks, weißt du? Den ganzen Tag richtig geile Tanks. Jetzt könnte ich... Das könnte auch mal ein geiler Tanks sein. Piu. Das sind viel zu viele Effekte. Und ich potte mich sicherheitshalber immer zurück. Oder blinzle mich zurück. Habt ihr ja gerade gesehen. Und ich kann versengen im Laufen. Das ist so imbar. Ich kann versengen im Laufen, Carsten, ja? Das ist total böse. Ich weiß noch nicht... Ich komme noch nicht ganz mit der Skillung klar. Es fehlt mir einfach noch was. Ja, wahrscheinlich die Übung. Das ist das Wahrscheinlichste. Würdest du warten, bis der Heiler Mana hat? Das wäre total Knorke. Auf welcher Tastenkombi? Ah, Cyril E. Okay. Ich würde den Heiler ja fragen, ob er Brot und Wasser braucht. Also Brot und Wasser vor allem. Gibt es gar nicht mehr. Sondern hier nur noch Törtchen. Ob er Törtchen will. Aber der Tank lässt mir keine Zeit. Das finde ich an sich nicht negativ. Aber irgendwie schon doch. Ja. Wo müssen wir lang? Das ist eine gute Frage. BRT ist riesengroß. Und das Problem ist, es ist keine genaue Wegbeschreibung gegeben. Äh, das ist der geschmolzene Kern. Da wollen wir nicht hin. Sondern die Schwarzfelstiefen. Gucken wir uns einfach mal um. Hier unten geht es zum Gefängnis. Kennen wir ja schon. Und hier geht es halt zu den ganzen anderen Wegen. Aber wir gehen hier nochmal zum Gefängnis. Zumindest sagt das unser Tank. Ja, ich folge ihm einfach. Was soll es denn? Ich meine, ist doch egal. Wir haben doch Zeit. Ja. Ach, ja, sorry. Ich habe keinen Ingame-Sound an. Das fällt mir gerade auf. Weil ich das beim Spielen immer ausstelle. Das ist nicht so sinnvoll. Bei mir geht es auf den Sack. Ganz ehrlich. Ich mache Musik an und dann level ich. Aber ja, das kann ich ja so nicht machen. Momben wir mal die Scheiße aus den Mobs raus. Also das Bomben lässt sich wirklich saugeil mit dem Mage machen jetzt. Ich glaube, ich bleibe auf Feuer. Also beim Leveln auch. Also ich weiß es nicht sicher. Aber schaut es euch an. Es ist saugeil, was man hier wegbombt. Und dann, ja, pew, pew, pew. Und so große Zahlen vor allem. Hier so viele Zahlen. Gelb und alles. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Blizzard hat immer so 200. Ja, der hat es wahrscheinlich auch gerade 200, 200, 200. Ich hier 700, 800, 900. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hier ist auf jeden Fall der Boss. Wissen wir, hätten wir letztes Mal auch so gehen können. Den Weg dahin. Aber, ja, wir sind halt außen rum gegangen, weil Baum. Ja, pull mal. Ja, pull mal. Okay, er pullt beide Räume. Das ist, äh, mutig bis bekifft. Oh, oh, oh. Wech, wech, wech. Das mit dem Blinzeln ist eine gute Taktik, muss ich feststellen. Eisblock. Yay. Ich mache, ich weiß, ich kaste gar nichts. Ich mache nur AE. Ich mache nur AE'n bis jetzt. Also fast. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass, dass ich nur mit AE hier durchkomme bisher. Ich finde das total geil. Du machst nur bumm, 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 alles tot. AE, bumm, tot. AE, tot, bumm. Bumm, tot, bumm, bumm. Bumm, bumm. So in etwa. Ja. Das ist großartig. Ich liebe das. Und jetzt bumm. Bumm. Und au, scheiße. Ja, ich habe keinen Schutz. Das ist mies. Das ist das Miese daran. Ich habe null Schutz. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann ihm hinterherlaufen und versenken, Carsten. Das ist doch richtig geil. Er will wegrennen und ich laufe ihm hinterher und caste. Was soll das? Im PvP muss das richtig ätzend sein, wenn jemand wegrennt und die rennt einfach ein Mage hinterher und der castet im Laufen. Da denke ich mir, oh, ich werde verarscht. Naja. Mir ist es egal. Ich bin ja der Mage. Ich kann mich kaputt lachen. Ich glaube, Feuer ist meine neue Lieblingsskillung. Wobei, ich habe ein bisschen Akku-Probleme. Stoffschultern brauche ich nicht. Ich glaube, die sind beim letzten Mal schon gefallen. Jo, back hoch. Also nicht berg hoch, sondern back. Nicht, also, ja. Im Hessischen klingt das fast gleich. Ja, wollen wir nicht lieber Düsterbruch machen? Und nein, Düsterbruch ist high. Würdet ihr kommen, oder? Das ist die falsche Map. Ja, hier ist das, ist, das ist der Düster, äh Quatsch, der Schwarzwels hier. Sieht man ja. Kommt ihr, oder gimmelt ihr noch eine Weile da rum? Ne, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen schon. Jo, jo. Ohne Schlüssel weiß er nicht, wo lang. Jo, gut. Jo, Arena. Genau, die Arena ist auch ein schöner, das zeigen wir mal. Erstmal cut ich, weil ich wieder keinen Plan von der Zeit habe. Ja, ich bin jetzt auch ein schöner, das ist 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 ein schöner, das